Oh oh, Augenzüge. Mach die Augenzüge. Ja, super. Das ist ja super angeschlossen, Gold. Jetzt zum Vergleich unserer Neuentwicklung in 38mm, Outside Diameter 48mm, Gelbblitter schweift zu Blitzknallweiß, erst ein Stück geschossen. Und jetzt vor den gleichen, fünf Stück geschossen. Dann, der nächste Artikel, Weißgitter-Schweif, eine geschossen. Weißgitter-Schweif, wie viel? Welches Kaliber? Fünf. Jetzt haben wir wieder eine, immer das gleiche Kaliber, 38mm, Gold. Und dann wieder fünf, viel Gold. Jetzt eine in Brokat. Und fünf in Brokat. So, das ist für die Leute, die mal etwas näher ran müssen, beim Hochzeitsfeuerwerk und doch etwas Lautstärke benötigen. So, jetzt original, maitesische Bomben, nicht aus Malta, sondern made in Germany, hier in meiner Firma. Wir fangen an, 150mm, Gelbblitter, mit Blau in Zentrum. Man beachte auch die Standzeit des Effekts. Die nächste ist Gelbblitter, mit rotem Zentrum. Die nächste ist eine Gelbblitter, blau, also Gelbblitter und blaue Sterne und ein rotes Zentrum. Dann versuchen wir jetzt mal eine Überraschungsbombe. Das waren 21 Kometen, ähm, Gelbblitter, Tür-Titan. Noch eine Überraschungsbombe. Nochmal 21 Kometen. Und zum Abschluss, ähm, ein Vergleich. 75, 100 und 125 nacheinander geschossen, ähm, Blitzknall, weiß. Oh, also, 150. Und jetzt, und. Oh, mein Gott. Danke. Das war's für uns. Ich wünsche viel Erfolg weiterhin. Danke.